Mein nächstes Thema wäre jetzt, was kann man tun, wenn man, wenn ihr noch könnt, jetzt ist es schon kurz, ja würde ich sagen, also es ist das Wichtigste, ich habe jetzt mal ein paar Internetseiten noch aufgeschrieben, im Moment läuft sehr viel zu 5G, wir haben jetzt noch die Stop 5G-Seite in allen Schreibweisen, ganz neu kommt jetzt dazu die Internetseite Unverstrahltes Land, das ist ein Verein der Elektrosensiblen und so weiter, wir können das dann nachher noch schauen, jetzt gehen wir erstmal an den Punkt, was wir noch tun können, soll ich gleich durchziehen oder machen wir noch ein paar Fragen vielleicht, ja da komme ich jetzt dazu, also wir gucken mal kurz rein, was können wir tun, jetzt gucken wir erstmal den Stand an, wir haben einmal die Klagen, also die Mobilfunker verklagen jetzt gerade die Bundesnetzagentur, das ist für uns natürlich schön, wenn die sich selber in die Haare kriegen, wäre auch eine gute Variante, wenn man die Leute nämlich, wenn sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, das finde ich natürlich die beste Variante, also diese Variante läuft gerade, dann, es wurde schon angesprochen, Region Brüssel, Stop 5G, ganz aktuelle Meldung von letzter Woche, dort sollte Pilotprojekt 5G umgesetzt werden und eben die, wo haben wir das Zitat von ihr, die Umweltministerin, wie man die auch richtig ausspricht, weiß ich nicht, aber die Umweltministerin von Brüssel sagt eben, ich kann eine solche Technologie nicht begrüßen, wenn die Strahlungsschutzstandards, die den Bürger schützen müssen, nicht nicht beachtet werden, ob 5G oder nicht, die Brüsseler sind keine Versuchskaninchen, deren Gesundheit ich mit Gewinn verkaufen kann, wir dürfen da keine Zweifel offen lassen. Also Brüssel stoppt, haben wir schon gehört, es geht weiter. Kanton Wart in der Schweiz stoppt ebenfalls Brüssel, jetzt 9.4., also auch erst ein paar Tage alt, die Meldung, dann zieht gleich am nächsten Tag das Kanton Genf nach, also es geht nicht um die Stadt allein, es geht um das Kanton, also das ist, ja die Schweiz haben jetzt keine direkten Bundesländer, aber das ist praktisch jetzt das Kanton, das ist also noch die zu zugehörigen Flächen, auch dort in Genf wird 5G jetzt gestoppt. Also das entwickelt sich schon. dann Widerstand gegen die Handymasten, also wir haben im Moment, ich weiß nicht, ob das wird überall in den Pressen, in der Presse, falls im Süddeutschland ist das jetzt ganz stark, es gibt überall Widerstand an den jeweiligen Funkmasten, nicht nur, also vor allem, ich kriege halt immer den Süddeutsch dran, also ganz ehrlich, wir im Süden haben immer so das Gefühl, dass im Norden nichts passiert. Aber ich weiß nicht, ob das nur von der Presse her so das Nord-Süd-Gefälle da bewusst auseinandergehalten wird. Also es gibt jetzt ganz große Probleme, die haben also Angst, dass sie ihr Funknetz nicht schaffen, weil der Widerstand so groß ist. So schreiben es die Zeitungen. Und genau, und jetzt eben, der Spruch gefällt mir so gut, jetzt kommen wir gleich zu den Petitionen, also je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Helden wird es einmal brauchen. Also das ist mir ganz wichtig, wir sind alle, wenn wir die normalen Filme angucken, ich sage mal die Hollywood-Filme, da gibt es immer einen Held oder vielleicht mal zwei oder vielleicht mal drei. Aber in der Realität sind wir gemeinsam, wir werden es nur gemeinsam stoppen. Es wird nicht den Helden geben, das denke ich nicht. Es wird auch nicht die zwei, drei, vier, fünf Helden geben oder die Bürgerinitiative, die es schafft. Das wird es nicht geben, es wird nur gemeinsam möglich sein, das Thema unter die Füße zu kriegen. Und jetzt gucken wir uns das an. Die Petitionen vom 5.4., wir haben es, also die Petitionen, es wurde erreicht, die Zeitung schreibt jetzt 56.643 Stimmen, von 50.000 waren benötigt. Die ganze Geschichte dieser Petitionen, ich weiß nicht, wie viel Zeit man da investieren wollte, aber es war sehr interessant, wie das abgelaufen ist. Ich habe mittlerweile mit allem, es gab drei Petenten, ich habe mit denen schon gesprochen. Der Hauptpetent, der hat es wirklich gut hingekriegt und man hat denen lange verschwiegen, dass die Petition schon gestartet ist. Das heißt, wir haben, am Donnerstag ist die abgelaufen und ich habe erst am Freitag mitbekommen, dass die Petition überhaupt existiert. Also ich denke, vielen ging es jetzt hier ähnlich, oder? Also wir haben auf dem letzten Drücke, ich habe es am Freitag, dann habe ich ein Newsletter rausgeschickt, am Samstag, erst da haben wir mitgekriegt, dass die überhaupt existiert. Auch die Petenten, die die selber eingerät haben, wussten das nicht. Man hat das lang rausgezögert und dann am Schluss, ich weiß nicht, wer alles die letzten Minuten da verglichen hat, oder ich war die letzten vier, fünf Stunden dran, die Zahlen sind ja rauf und runter und rauf und runter, ich weiß nicht, wer da alles... Das habe ich dokumentiert. Ja, du hast das... Das hast du auch mein Video übernommen. Genau, also er hat ein super Video gemacht, bei mir auf der Internetseite auch zu sehen. Ihr müsst das einfach mal gesehen haben, wie das dann rauf und runter ging, also vor allem runter ging wieder, das war ja interessant. Aber es ist jetzt geschafft und jetzt sind wir mal gespannt. Das ist ein Problem, die haben wohl mehrere Server, die sich nicht schnell... ...synchronisiert haben. Genau. Genau, also wie immer war es natürlich ein technisches Problem, aber es kann wirklich ein technisches Problem sein, aber ich habe schon zu viel erlebt, dass ich da immer meine Fragezeichen habe. Okay, die ist jetzt geschafft, jetzt kommt die nächste. Wir sind jetzt dran und machen die für die ganze EU. EU. Das braucht aber dann EU-weit eine Million Stimmen. Ja, wie erfahren wir das? Das ist mein nächster Punkt. Ich habe nämlich jetzt die ganze Zeit überlegt, wie machen wir denn das? Wir dürfen auf jeden Fall, werden Sie wieder versuchen, die Leute auf den letzten Drücker hinzukriegen. Und das Erste, was ich euch empfehlen möchte, natürlich Vorschlag bei mir im Newsletter eintragen. Also ich denke, dass ich es relativ schnell mitkriege, dass wir alle im Newsletter sind, dass wir relativ schnell das dann verteilen können. Denn fordert auch eure Freunde, Verwandten und Arbeitskollegen alle auf, sich einzutragen in die automatischen Newsletter. Aber für euch selber privat der erste Schritt wäre, schaut in eure Adressbücher, optimiert eure Adressbücher, guckt, legt euch Verteilerlisten an. Wenn die nächste Petition kommt, dass ihr relativ schnell, also jetzt schon alles vorbereitet, dass ihr dann nur mit ein, zwei Knopf drücken, sofort, was weiß ich, hunderte von Leuten informieren könnt. Das wäre ganz, ganz wichtig. Das ist die Arbeit jetzt, die Adressbücher eben optimieren. Dann natürlich Interessierte suchen, mich mit denen kurz schließen, E-Mail-Verteiler machen, Telefonverteiler machen. Best natürlich noch persönlich, aber gucken, dass die eigenen Netzwerke stehen. Weil der Uli Weiner aus dem Schwarzwald allein wird das Thema nicht hinkriegen. Vergesst es. Also es gibt viele Helden. Ihr seid die Helden. Also, ja. Für Deutschland oder jetzt EU-weit? EU-weit. Wir müssen eine Million EU-weit schaffen, aber wir haben Sprachgrenzen. Also wir müssen gucken über die Sprachgrenzen hinweg. Wir haben ganz viel Unterstützung. Ich habe ganz engen Kontakt mit den Franzosen zum Beispiel. Ich habe auch eine Dolmetscherin, die meine Rundmails gehen auch auf Französisch immer raus. Also wir haben, Frankreich ist ziemlich groß und ziemlich stark, wo ich noch gerade ein bisschen Probleme habe, ist im englischsprachigen Raum. Da kommt gerade so viel rein. Das schaffen meine Leute nicht. Also ich bin gerade, also ihr müsst euch das so vorstellen, gell. Eigentlich ist es der kleine Uli allein im Wald. Das ist schon richtig. Aber mittlerweile, mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo so viele Neuigkeiten über 5G in kürzester Zeit reinkommen. Und ich habe ein kleines Büroteam, aber das ist mittlerweile hoffnungslos überlastet. Wir sind jetzt ungefähr bei über 1100 E-Mails im Rückstand, obwohl wir jeden Tag arbeiten dran. Jeden Tag. Selbst am Sonntag. Also es wird jeden Tag E-Mails bearbeitet und trotzdem werden es nicht weniger. Und jetzt müssen wir einfach gucken, wer hat noch Kapazitäten. Ich frage auch gerade die Übersetzer. Wir brauchen noch, also wir brauchen wirklich in meinem Büroteam brauchen wir noch ein paar Übersetzer, auch für den englischsprachigen Raum. Da haben wir nur zwei oder drei und die sind schon an der Grenze. Und jetzt eben mit der neuen EU-Petition, da tun sich jetzt schon welche zusammen, aber wir brauchen natürlich auch die Spanier. Italiener haben wir auch schon ein paar. Also wir brauchen ganz viele Übersetzer, um das dann auch ganz schnell in die ganzen Sprachen rauszukriegen. Also wer sich da freiwillig melden möchte, immer gerne. Was sprichst du? In Englisch. Na wunderbar. Also ich komme gleich darauf zurück. Also, aber wie gesagt, denkt immer dran, das eine, mein Newsletter eintragen ist das einfachste und das schnellste. Das geht automatisch. Ja, aber schaut, dass ihr eure eigenen Adressbücher auf Vordermann bringt. Verstehst du? Dass ihr überlegt, wen nehme ich schon mal Verteiler vorbereitet für den nächsten Fall, dass es dann schnell geht, wenn es soweit ist. Aber vorher müssen natürlich diejenigen, die im Verteiler sind, auch alle die Problematik einigermaßen kennen. Ja. Denn die meisten oder viele sagen ja, was sind das wieder für Spinner oder ähnliches. Also die, die sich damit überhaupt noch nicht beschäftigt haben. Ja. Nein, das Verteiler sagen, die müssen wir so machen. Also wir haben genau dieses Problem. Wir haben ganz unterschiedliche Wissensstände und wir müssen jetzt einfach gucken, darum freue ich mich auch heute, es wird heute aufgenommen. Ja, wir haben also demnächst wieder die Vorträge online. Da könnt ihr es schon wieder per Links weitergeben. Ja, Eigenlob stinkt ein bisschen, aber was die höchsten Zugriffe hat im Moment, das Interview von Professor Buchen und mir im Europaparlament in diese Live-Sendung, da sind wir jetzt auf Platz 1 bei NRW-TV gekommen. Also das hat ganz hohe Zugriffe dort. Ich weiß nicht, er hat jetzt nicht geschrieben, wie viel, aber ordentlich. Nehmt diesen, gibt es jetzt auch, der wird in ein paar Wochen, wird der nicht mehr dort in der Mediathek sein, aber wir haben es auch bei Funkwissen hat es drauf. Ich mache auch gerade immer mehr bei Funkwissen Kurzfilme, um diese Sachen in Kürze zu erklären. Das ist ja das Hauptproblem, erzählen kann man stundenlang drüber, aber das in wirklich, also den kürzesten Film, den es jetzt gibt, wo ich 5G erkläre, geht ungefähr 20 Minuten in Kurzform. Hat nicht alle Infos, aber für jemand, der noch gar nicht was davon gehört hat, vielleicht mal ein Einstieg. Also das werden in Kurzform gehen, da will ich noch mehr daran arbeiten, das noch ausbauen. Dann Stop 5G hat noch ein paar Sachen drauf. Okay, das sind dann, und meine Homepage versuche ich natürlich immer so... Da ist der auch drauf. Ja, aber meine Homepage ist auch drauf. Also dieses Interview, ich habe so viele Rückmeldungen, ich bin ja öfter, ich bin ja ab und zu mal, also ganz selten mal im Fernsehen oder immer wieder mal, aber bei diesem Interview habe ich die meisten Rückmeldungen gekriegt. Also auch Leute, die noch nie dachten, dass das problematisch ist mit diesem 5G, sagen, seit sie das Interview gesehen haben, haben sie es verstanden. Ob es so gut ist, müsst ihr beurteilen, ich kann es nicht einschätzen, aber probiert es, verteilt diese Filme. Dann ganz neu eine Infoschrift, die ist sehr gut, leider habe ich die jetzt nur in schwarz-weiß dabei, ich konnte sie nicht mehr, da haben wir schon 100.000 gedruckt vor drei, vier Wochen, die sind schon weg. Also könnt ihr auch bei mir runterladen, dann, da ist das 5G nochmal ganz kurz erklärt mit Quellen, unten sind auch viele Quellen, weil das ist immer wichtig, die Leute, die es nicht glauben, die brauchen Quellen, weißt du, die muss man, ihr müsst die vollpacken mit Quellen. Ich habe letztens, kam auch einer, der sagt, Uli, du sagst 800.000. Wo neue 5G-Antennen, das ist eine Verschwörungstheorie. Ich sage, ja, da fragst du, wenn du die Tagesschau für verschwörungstheoretisch haltest, finde ich das nicht schlecht. Naja, versteht ihr meinen Spaß? Nein, mein Humor. Also es war eine Quelle der Tagesschau, wo es sagt 800.000 und das ist immer gut, wenn wir Quellen haben, was die Leute eben verstehen. Also ich würde mir nie trauen, bei mir auf der Homepage was zu veröffentlichen ohne Quellen. Also hier könnt ihr mal, ich habe nur 30, 40 noch dabei, in Schwarz-Weiß, die gibt es auch bald wieder in Farbig, gibt es als PDF, könnt ihr runterladen, weiterleiten, ausdrucken, ganz, ganz alles, was euch einfällt. Okay, gehen wir wieder rein. Also das wären eigentlich so die drei Gedanken. Wo waren wir? Bei dem waren wir, genau. Das waren so meine, also wie gesagt, die Leute aufmerksam machen mit den einfachsten Mitteln. Die einen schauen lieber einen Film, die anderen lesen lieber eine kleine Broschüre, die einen lesen vielleicht nur so einen kleinen Zettel vor der Rückseite, versucht im Freundeskreis bei den Verwandten, bei den Arbeitskollegen, schaut, stupst die an. Wenn sie nicht hören wollen, lasst sie nur ganz anstupsen, wenn sie reagieren und zuhören, dann redet weiter, wenn sie nicht reagieren, dann redet über das Wetter, schönes Wetter heute oder ne, da kommt ein Schneewind, egal was euch einfällt und denkt dran, vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Wochen, frägt ihr vielleicht nochmal nach und dann kann man in die Tiefe gehen, aber schaut, dass ihr das persönliche Verhältnis nicht unnötig belastet. Die Leute kommen. Ich habe noch nie so viel Rückmeldung gehabt wie bei 5G und ich mache Mobilfunk schon immer. Also ich mache es eigentlich schon immer. Also nicht die Aufklärung allein, aber Aufklärung vielleicht 20 Jahre, aber dieses ganze Thema und es gab noch nie so viel Rückmeldung wie heute. Noch nie. Gut, also das war mal so eine Idee und dann kommt natürlich der nächste entscheidende Schritt und das gehört jetzt schon ein bisschen dazu. Wenn du die Welt wirklich verändern willst, fang ich bei dir selbst an. Also ich kann nicht immer sagen, böse Welt und alle sind böse. Das kann ich schon sagen, aber ich muss bei mir anfangen, die Dinge zu verändern. Und darum empfehle ich euch, dass Professor Buhn hat schon angefangen eigentlich das zu sagen, wirklich schaut nach den Sendern im eigenen Haus als erstes. Das ist mein ganz großes Herzensanliegen an alle, vor allem auch natürlich an die, wo Kinder haben oder Kinder in der Nachbarschaft haben. Gilt natürlich auch für die Enkel, ganz klar. Also für die Kinder schaut nach mittlerweile hier diese, die Fritzbox natürlich, die ganzen WLAN-Router, auch diese ganzen Entertain-Systeme, die haben alle mittlerweile WLAN drin, haben Bluetooth drinnen, schaltet das Zeug aus. Ich habe angefangen bei Funkwissen oder auch nur auf meiner Homepage, haben wir angefangen, ich habe Kurzfilme gemacht, wie man die Dinge findet und wie man sie ausschaltet. Es gibt noch viele Dinge, es wird noch einige Filme geben auf der Internetseite. Es sind so kleine Kurzfilme, dann kann man das mal sehen, wie das ist. Genau, das wurde schon angesprochen, die Telekom warnt mittlerweile vor Gesundheitsschäden in den Betriebsanleitungen vom Speedport, seit 2017 schon. Und da steht wörtlich drin, vermeiden Sie das Aufstellen Ihres Speedports in unmittelbarer Nähe zu Schlaf-, Kinder- und Aufenthaltsräumen. Dann fragen mich die Leute immer, wo soll ich denn meinen WLAN-Router hinstellen? Eben nirgends, also den WLAN-Router bitte das WLAN abschalten, beim Strom, also hier beim Decktelefon eben auch hier die Dauerstrahlung abschalten, im Idealfall auf Kabel umsteigen. Das muss man immer sagen. Gut, da haben wir es mal zusammengefasst, also verkabelt alle Geräte, eben schnurgebotenes Telefon, Internet über Kabel, legt eure PCs an Kabel, ich habe es noch nie anders gemacht, ich kenne nur PC am Kabel, geht viel schneller das Internet, viel zuverlässiger oft als über WLAN. Wirklich überall schauen, wo ist WLAN drinnen, wo ist Bluetooth eingebaut, also Fernseher habe ich jetzt hier mal aufgeführt, Feuermelder, abgesetzte Lautsprecher, Staubsauger, Waschmaschinen, Kühlschrank, Kopfhörer. Im Auto, ganz wichtig, im Auto, diese Bluetooth-Systeme im Auto, die sind wahnsinnig, also ich finde die Wahnsinns von der Strahlung, die muss man ausschalten, unbedingt. Und dann empfehle ich wirklich, wir gehen jetzt im 5G halt in eine ganz andere Phase noch rein, ich empfehle wirklich einen Verbraucher-Boykott euch zu beteiligen, ich rufe dazu noch demnächst zu Ostern auf, wir gehen jetzt ganz aktiv in den Verbraucher-Boykott und sagen wirklich, Handy-Smartphone abmelden und keine Mobilfunknummern mehr anrufen. Weil mit jedem Anruf, den ich in einem Mobilnetz mache, gebe ich den Industrie ja wieder Geld, um die Netze aufzubauen. Das ist ganz einfach. Ich erinnere mich da immer, könnt ihr euch noch erinnern, damals diese Geschichte mit der Shell-Bohrinsel, die Brems-Bar, wer weiß das noch, ist schon ein paar Jahre her, aber wir erinnern uns, die Leute sind nicht mehr zu Shell gegangen und haben bei Shell nicht mehr getankt. Und diese Insel ist bis heute nicht versenkt. Also der Verbraucher-Boykott, der hat immer was gebracht, weil ich entscheide mit meinem Verhalten, was produziert wird. Oder ein anderer klassischer Beispiel ist natürlich das ganze Thema mit Bio. Die Bio-Läden, selbst Aldi hat ja seit einigen Jahren Bio-Produkte, wäre vor 20 Jahren noch kein Thema gewesen. Aber wie viele Leute haben heute noch festnetzt? Die meisten haben oder ganz viele haben wirklich nur noch Mobilfunk mehr. Also die aufgesucht... Da kann ich keinen Kontakt mehr halten. Schwer. Also was heißt schwer? Man muss andere Wege finden. Also ich bin zum Beispiel da ganz konsequent, ich rufe keine Leute auf dem Handy an und ich habe immer wieder das Problem, mich kontaktieren Journalisten zum Beispiel und die schicken mir ihre Handynummer als Beispiel. Kommt oft vor. Und ich sage zu denen, ich rufe euch nicht zurück auf dem Handy, das könnt ihr gerade... Also... Und dann auf einmal, ja, ich bin ja heute Abend bei meinem Freund, der hat nur eine Festschnittshelfer, könnten Sie mich zwischen 18 und 20 Uhr anrufen? Ja, doch, denke ich mir dann immer. Eine andere Journalistin, eine ganz nette, zum Beispiel, die hat mir ihre Stammkneipe das Telefon gegeben und hat mich in ihrer Stammkneipe auf dem Festschnitts angerufen. Also ich denke, es gibt immer einen Weg. Ich will nur... Wir geben einfach ein Signal. Also wenn wir das machen, es ist vielleicht ungewöhnlich, aber wir geben einfach ein Signal an die anderen, einfach mal drüber nachzudenken, wieso ruft er mich jetzt nicht auf dem Handy an. Einfach mal, das ist ein kleiner Impuls. Das tut dem erstmal nicht weh. Gut, er muss vielleicht zwischen, wenn er sagt, mit mir ausmacht, zwischen 18 und 20 Uhr auf der Nummer am Stammlokal, dann muss er halt auch in der Zeit da sein. Aber das gibt einen neuen Schwung von Verbindlichkeit. Ich meine, diese ganze Smartphone haben uns ja viel diese Verbindlichkeit genommen, diese Zuverlässigkeit. Weil das hat uns ja eigentlich untergraben, in unserer Mentalität, in unserem, ja, wie soll ich sagen, also in diesen wichtigen Grundsätzen, wie eben Verbindlichkeit. Du kannst kein Kind mehr in die Schule schicken ohne die Apps. Ja, da habe ich noch einen Vorschlag für die Kinder. Jetzt pass auf, ich bin ja noch nicht zu Ende. Ich empfehle euch, ich empfehle euch das, wie ihr das umsetzt. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich will euch da nicht, ich will euch das nicht, ich will das nicht kleinreden. Aber wir müssen dann irgendwo einen Schritt gehen, das hilft ja nichts. Wenn es alle machen, sagen wir, es machen ja alle. Müssen wir einen anderen Weg gehen, das zeige ich euch zwei Wege. Und da gefällt mir auch dieser Zitat von der Maria, von Ebner Eschenbach so gut, die sagt halt, wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt. Und da ist es jetzt echt ein bisschen unbequem, das gebe ich zu. Wer da richtig drinsteckt in dieser Smartphone-Mühle, der hat es nicht leicht, aber es gibt immer Wege. Ich lasse mir da nichts ausreden. Und ich empfehle zum Beispiel, jetzt kommen wir zu den Jugendlichen. Wir haben das Problem, ich weiß, ich bin ja selber an Schulen. Wir haben das Problem, sogar die Sportvereine, die geht alles über WhatsApp-Gruppen. Die wissen gar nicht mehr, findet es heute statt oder nicht. Oder Stundenpläne, Vertretungen. Ich weiß es, das ist ein Riesenthema. Ich ärgere mich darüber, aber es ist ein Riesenthema. Hier kommt heraus, ihr könnt die Smartphones ans Kabel legen, über Internet, ihr geht auf Flugmodus, ihr seht jetzt hier, der ist jetzt auf Flugmodus, hat eine direkte Internetverbindung. Unten, hier an der USB-Schnittstelle. Seht ihr das? Es gibt unterschiedliche USB-Schnittstellen. Apple hat wieder eine andere als zum Beispiel Samsung. Könnt ihr bei mir auf der Homepage nachlesen. Ich habe das alles aufgeführt. Und theoretisch kann man das Smartphone auch ohne SIM-Karte, also ohne eine Funk-Karte benutzen. Kann WhatsApp machen, kann WhatsApp Nachrichten schicken. Es geht sogar viel besser. Ich kenne einige, die sagen, seit sie es am Kabel haben, können sie viel besser damit umgehen, weil die Verbindungen schneller sind. Über Kabel habe ich eine zuverlässig schnelle Verbindung als über Funk. Also es hat sogar einen Vorteil. Wir haben sogar mittlerweile Firmen, die in ihren Großraumbüros das Vorschrift ist, dass wenn der Außendienst reinkommt, müssen die die Smartphones ans Kabel legen. Wegen der hohen Strahlenbelastung. Also wir müssen einfach erste Schritte gehen. Ich will euch nicht dazu drängen, aber ich versuche, da kommt eine Frage, ich versuche euch Mut zu machen, das umzusetzen. Aber wäre nicht zum Beispiel eine Idee, früher hat man ja diese autofreien Tage gemacht, dass man eben zum Beispiel mal dazu aufruft, bestimmte Tage oder eine Woche, dass man einen bestimmten Zeitraum erst mal hat, um jetzt schon mal ein Zeichen zu setzen. Gefällt mir. Ich mache euch einen Vorschlag. Wir haben uns jetzt lang überlegt mit mehreren Initiativen zusammen, wir werden jetzt einen 5G-Tag machen. Ja, und der 5G-Tag ist natürlich am 5. Weil es ist ein 5G-Tag. Das heißt, der erste 5G-Tag findet statt am 5.5.2019. Fünfter, Fünfter, ja, könnt ihr euch alle merken. Ich veröffentliche es jetzt noch an Ostern über die ganzen Verteiler. Wir fangen am 5.5. an. Ich sage es jetzt schon mal für die Kamera, gell, ihr müsst das, das muss vor dem 5.5. ist es ja sicher online. Werden wir, also alle, wo mitmachen, es gibt keine Organisationen, die das alleine machen, das machen alle mit, die wollen, die nicht wollen, denen kann ich auch nicht helfen, aber ich denke, wir machen alle zusammen, wir machen Aktionen an dem Tag, wir machen Stände, also Infostände an dem Tag, würde ich sagen. Eben das mit dem Handyverzicht gefällt mir sehr gut, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wir machen einen Handy-freien Sonntag, wie die autofreien Sonntage damals, in der Ölkrise. Also, lasst euch was einfallen, gell, ich bin für mehr Ideen noch zu, also alle Ideen, wenn noch Ideen kommen, bitte mir schicken, weil ich würde die dann zu Ostern an alle schicken, machen wir einen ersten 5G-Tag und den nächsten 5G-Tag könnten wir dann machen am 5.6. Also, dass wir jetzt einmal im Monat, immer am 5. einen 5G-Tag machen. Es geht jetzt halt einfach darum, wir senden halt mit dem, was wir tun oder nicht tun, einfach ein Signal aus. Das war sehr funktechnisch ausgedrückt, aber ich bin halt Funktechniker. Also, wir senden ein Signal aus. Also, mit allem, was wir tun oder nicht tun, geben wir einfach ein Signal praktisch in die ganze Gesellschaft und darum ist es so wichtig, da Schritte zu gehen. Gut, geht natürlich auch für Tablets, gell, also, dass ihr das mal gesehen habt, nur technisch kein Problem. Auch Tablets lassen sich verkabeln. Gut. Ja, dann können wir noch weitergehen. Ich weiß nicht, wie weit wir noch reingehen heute. Das Wichtigste haben wir eigentlich schon. Das ist auch ein Spruch, der gefällt mir sehr gut. Gut, der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich, beziehungsweise, wenn man es anders übersetzt, bereitet sich vor. Und die Unverständigen, Unerfahrenen, Einfälligen, aber gehen weiter und müssen es büßen. Also, es hat König Salomon gesagt, den Spruch gefällt mir gut. Je nach Übersetzung kann man es ein bisschen anders mit anderen Worten belegen. Aber wichtig ist, der, wo die Dinge sieht, dass er sich einfach vorbereitet. So gut er seine Möglichkeiten hat. Und daher die Frage, wie schützt man sich von außen? Also, wenn die Strahlung von außen kommt, das war vorhin schon ein Thema. Und wir haben sehr viel Strahlung von außen. Das war mal so eine Grafik. Also, Fernsehen, Rundfunk, Radar, Mobilfunk und die ganzen Schnuller, Telefone und so weiter. Entscheidend ist immer, was kommt beim Menschen an. Dann die Strahlungsart natürlich, der Strahlungsmix mit anderen Funkdiensten. Also, das wissen wir eben von den Elektrosensiblen und aus Studien. Die Mischung aus den verschiedenen Funkdiensten macht eigentlich das Ganze so gefährlich. Also, wenn es jetzt nur ein Funk wäre, wäre das wahrscheinlich kein Problem. Aber die Mischung aus den, wir haben jetzt schon zehn Handynetze. Also, die Mischung aus all dem. Und natürlich dann die Zeit. Und wenn es dann 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wird es richtig problematisch. Ich habe noch mal eine Frage. Ja, jetzt komme ich ganz anders rein. Ja? Nein. Also, die meisten Navis, es haben nur einen Empfänger. Die haben nur einen GPS-Empfänger. Und senden aber nicht ab. Nur bei den modernen Autos haben diese Mittel, diese großen Multimedia-Konsolen, halt oft Bluetooth drin. Das müsste also im Auto ausschalten. Bluetooth aus. Okay. Gut, jetzt bin ich ein bisschen die Folie, wusste ich jetzt gar nicht, dass ich die da drin habe. Egal. Aber nochmal kurz hier das Bild. So strahlt eine Antenne ungefähr ab. Die kommt also runter. Also, diese Lüge, dass die Strahlung nur oben wäre, aber der Professor Buhn hat es schon schön erklärt. Also, ich erlebe das oft. Ich bin auf so Podiumsdiskussionen. Ich bin oft draußen, wo Türme gebaut werden. Und dann kommt der Mobilfunker und sagt, die Strahlung ist nur oben. Und dann frage ich immer die Leute und sage immer, habt ihr alle fliegende Handys? Dann schauen sie mich immer an, wie so fliegende Handys sind. Naja, sage ich, wenn die Strahlung nur oben ist, dann müsstet ihr doch fliegende Handys haben, damit ihr oben Empfang habt. Dann lachen sie immer und dann haben sie es verstanden. Also, die Strahlung kommt logischerweise nach unten. Muss sie ja. Sonst bräuchte ich sie ja nicht. Gut, wie schütze ich mich? Das war mal so eine Aktion mit einem Strahlenschutzgitter. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ja, also das ist jetzt vielleicht nicht immer die Dauer gewesen. Aber das war zum Beispiel eine sehr interessante Geschichte hier. Im Fränkischen ist das, ihr seht hinten den Mobilfunksender, links auf dem Gebäude. Und das Dorf liegt praktisch hier unten. Das ist ein bisschen nicht Norddeutschland, das ist halt ein bisschen topografisch anspruchsvoll. Und die mussten also mit dem Mobilfunkturm, um das Dorf unten zu erreichen, durch den sein Wohnzimmer praktisch funken. Das war nicht so gut. Die Leute wurden krank in dem Haus. Und dann haben sie eben dieses Gitter da hingebaut. Und dann hatten die Leute unten im Dorf aber keinen Empfang mehr. Oder keinen guten mehr. Und dann hat der Mobilfunker die Antenne wieder erhöht, um über das Gitter zu kommen. Und dann hat er das Gitter dann nochmal erhöht. Also, das war dann so ein Wettrüsten. Aber da hat man mal gesehen, es hat funktioniert. Sonst hätte der Mobilfunker sein Ding nicht erhöht. Und natürlich nicht schön, so zu wohnen, aber ein Weg. Oder die klassischen Strahlenschutznetze über die Betten, das ist jetzt ein Kinderbett, als Klassiker, ist möglich. Da sieht man es nochmal für ein kleineres Bett. Also das ist technisch möglich. Das ist ein Stoff aus Silber, ähnlich wie der vom Schutzanzug. Also das ist ein Silbergewebe, ein spezielles. Kommt natürlich alles aus der Militärtechnik. Also die Militärsgeheimdienste und so weiter wissen natürlich Bescheid. Gut, dann Farben, Abschirmfarben für die Häuser. Also ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich weiß nicht, wie es hier im Norden ist, aber wenn ihr das, stellt euch mal am tiefsten Bayern vor, auf einmal kommt der Nachbar und streicht sein Haut schwarz. Ich weiß nicht, was hier in Norddeutschland passiert, aber in Süddeutschland, da hast man dann gleich die ganze Versammlung aller Nachbarn vor der Haustür. Ja, bleibt es so? Das ist die erste Frage. Bleibt es so? Ja, was macht es denn ihr da? Wird er vielleicht auf Bayerisch sagen. Aber, also bleibt es so. Natürlich kann man auch weiß wieder drüber streichen, aber das zieht auf jeden Fall schon mal die ganze Aufmerksamkeit der ganzen Siedlung auf sich. Aber funktioniert ziemlich gut, aber bitte die Fenster nicht vergessen. Die Fenster sind auch entscheidend. Gut, interessant in dem Zusammenhang. Die Bundesregierung sagt, Strahlung ist ungefährlich. Das Bundesfinanzministerium sagt, Strahlenschutzmaßnahmen können abgesetzt werden von der Einkommenssteuer. Also wir haben einen ziemlichen Widerspruch innerhalb der Regierung auf vielen Gebieten. Gut, jetzt bin ich schon fast durch. Jetzt komme ich, ich glaube, ich komme jetzt viel zu weit noch rein. Ich habe es jetzt noch als sehr detailliert aufgeführt. Ich glaube, so weit müssen wir vielleicht nicht, aber vielleicht noch ganz kurz durch. Guter Spruch, also guter Spruch, gute Aussage von Albert Einstein. Er sagt, die Welt, die wir geschaffen haben, ist doch, ist das Resultat einer überholten Denkweise. Die Probleme, die sich daraus ergeben, können nicht mit der gleichen Denkweise gelöst werden, durch die sie entstanden sind. Sehr guter Spruch, nimmt mit Heim, bewegt ihn, guckt, was heißt es aber praktisch in meinem persönlichen Alltag. Das ist mir das Wichtigste, gell, wenn ihr heute Heim geht, alle, und einfach überlegt, was hat denn der Uli Weiner heute alles erzählt und der Professor Bruner, die wichtigste Frage dazu ist, was kann ich dann persönlich in meinem Leben verändern. Wenn er das macht, dann habe ich heute alles erreicht, wozu ich über 700 Kilometer gefahren bin. Noch eine mittelfristige Maßnahme, das ist auch klar. Wir müssen gucken, dass wir alles verkabeln, also auch Glasfaser bis in die Häuser. Das ist die Zukunft und vernünftige Funksysteme, die keine Gesundheitsschäden haben, zum Beispiel eben auch wieder ein Funksystem für die Behörden, was funktioniert und was einfach nur dann funkt, wenn es wirklich benutzt wird und nicht 24 Stunden. Also dass wir wieder wirklich Funksysteme haben, die für einen privilegierten Nutzerkreis funktionieren und nur senden, wenn man sie braucht. Das große Problem, was wir in unserem Land haben, ist alles, was 24 Stunden sendet. Und wie gesagt, wir reden hier vom Klimawandel, wir reden von Erderwärmung und so weiter. Diesen Energieverbrauch, was wir jetzt mit dem ganzen Funk haben, da redet kaum einer drüber und es wird sehr, sehr viel mehr. Und wir müssen einfach Dinge tun. Wir beobachten immer mehr draußen, dass das, jetzt gibt es meine Konstellation ein bisschen aus, aber ich glaube, ich halte nur 5 Minuten durch. Es wird immer mehr beobachtet, dass im Internet wichtige Filme verschwinden. Ich weiß nicht, ob das schon jemandem aufgefallen ist, es gibt gute Dokumentationen zum Beispiel, es gibt gute Filme, die sind auf einmal weg. Und ich möchte euch ziemlich ans Herz legen, diese Filme runterzuladen. Also es gibt für YouTube zum Beispiel ein ganz einfaches Programm, so ein Add-on-Programm, kostet nichts, kann man runterladen, dann kann man sich die Filme sichern und ich empfehle eben, diese Filme für den Eigenbedarf zu sichern und wir haben viele Mitmenschen sogar noch sehr, auch gute, also wirklich bewusst, Leute, die gar kein Internet haben. Also es gibt noch einen gewissen Prozentsatz, der gar kein Internet hat und ich empfehle einfach wichtige Filme per USB-Stick zum Beispiel oder per DVD an solche Leute weiterzugeben oder wenn halt Filme dann im Internet verschwinden, dass man die DVDs und die USB-Sticks dann weitergibt. Also bitte macht es, jetzt ist noch eine Zeit, jetzt kommt der Paragraf 13 dann. Wir werden viele, viele Filme verlieren. Einen Schluss sage ich noch, ich werde mal gefragt, wenn man dann kein Smartphone hat, wie ist man dann erreichbar oder was macht man dann im Notfall? Ja, da muss man nur die wichtigste Telefonnummer kennen, das ist die 5015, die muss man sich merken. Das ist ein alter Psalm von König David und der sagt nämlich und rufe mich an am Tag der Not, ich will dich erretten und du wirst mich preisen. Also, das ist nicht den David anrufen, sondern den lieben Gott anrufen natürlich. Rufe mich an am Tag der Not, ich will dich erretten und du wirst mich preisen. Also ich habe oft die Diskussion wegen dem Mobilfunk, ja, gerade im Schwarzwald ein Thema, wir brauchen jetzt einen Funkturm, damit man im Wald telefonieren kann. Für die Holzfäller zum Beispiel. Und dann ist mal so ein alter Schwarzwälder aufgestanden und, also die waren dagegen, Gott sei Dank, der wurde nie gebaut, der Turm, aber da stand mal so ein alter Schwarzwälder auf, weil zuvor war die Diskussion sehr heftig von wegen Notrufen und überhaupt, dass ja das, naja, also ganz schlimm wäre, wenn man kein Handy empfangen hätte wegen Notrufen, dann steht der alte, so ein alter Schwarzwälder auf und sagt ja, also ich weiß nicht, was bei euch los ist, also früher sind ja die Toten überall rumgelegen, wo man noch keinen Mobilfunk gehabt hat, haben wir da gesagt. Ja, da haben wir alle gelacht, natürlich. Und dann war ich klar, nein, das ist ein Schmarm. Also, es gibt einfach Studien, die ganz klar belegen, dass durch Handynutzung im Straßenverkehr mehr Menschen ums Leben kommen, als durch Notrufe gerettet werden. Das ist einfach so. Das heißt, ich muss mir immer die Frage stellen, volkswirtschaftlich, also ich stelle mir immer so eine Waage vor, so eine volkswirtschaftliche Waage, Nutzen einer Technik und Schaden einer Technik. Und wenn der Schaden einer Technik größer ist als der Nutzen, dann muss ich über diese Technik dringend nachdenken und dringend Änderungen machen. Also dieses Gleichgewicht muss mindestens da sein und beim Mobilfunk ist dieses Gleichgewicht nicht mehr da. Der Schaden ist größer als der Nutzen aus meiner Sicht. Und nicht nur aus meiner Sicht, es gibt da viele Studien dazu. Okay, damit bin ich, glaube ich, zu Ende für heute. Ah, noch ein kleines Gedicht und dann ist es echt zu Ende. Das hat mir gefallen, das hing bei einem sehr befreundeten Arzt von mir, der nicht mehr unter uns ist, hing das immer an der Türe. Das habe ich mir dann abgeschrieben. Wer das gesagt hat, weiß ich nicht, aber es spricht sehr an. Ich darf es mal noch vorlesen. Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr sagen. Wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein. Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben. Wenn alle mittun, steht allein. Wo alle loben, habt Bedenken. Wo alle spotten, sportet nicht. Wo alle geizen, wagt zu schenken. Wo alles dunkel ist, macht Licht. Schöner Spruch. Ich denke, jeder wird sich irgendwo in einer Zeile finden oder in mehreren. Aber genau so läuft es ab. Es trifft es halt sehr auf den Punkt und wir erleben das halt einmal wieder, ich denke auch unten mit Loben. Wenn man Fernsehen macht, wer da alles gelobt wird, da habe ich dann schon große Fragezeichen. Genauso andersrum. Wir müssen mal gucken, wer im Internet alles verrissen wird, sag ich mal, wer alles als schlecht dargestellt wird. Dann müsste man meistens, ist es genau andersrum. Die Leute, die verleumdet und schlecht dargestellt werden, sind die interessanten Menschen, die wirklich was bewegen und die, die nur immer gelobt werden, da muss man große Fragezeichen haben zum Beispiel. Aber mir geht es einfach darum wirklich, wenn keiner anfängt, das führt aus. Die Wahrheit kommt ans Licht. Okay. In dem Sinne, danke fürs Zuhören, für Fragen sind wir noch da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020